Und Level 14! Naja, wobei man das ja nicht wirklich Level nennen kann, sondern einfach nur Folge 14 von... Weil ich meine, gibt's überhaupt sowas wie Levels? Auf zu den Sternen! Und Level-Rekord? Ne, Level 2 war nicht. Oh Gott! Boah, Alter! Lieve, Sonne, verpiss dich! Oder ich werde dich vergewaltigt haben! Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht, seit ich jetzt hier unten bin! Oh, ich mach mal noch. Oh, ich mach mal. ach du kacke ich versuche es dir ich finde hier so ein häckliches Staubkonferenz den oben treffe ich wahrscheinlich nicht ich versuche gleich den unteren zu treffen der obere wäre mir einfach zu riskant gewesen sorry Leute aber wobei, was ich mich ja so rum ran ha siehste alles easy, war alles geplant ist ja nicht so wie als wenn ich das nicht schaffe du dahin jetzt dahin ich fick dich so hart 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 das war doch fast perfekt ich fick dich so hart ich fick dich so hart ja doch egal bluten sind mir viel wichtiger du bist noch ein paar Zalange wo noch zu kommen ganz vermutlich ich will jetzt mal ich will die Sonne nicht mehr sehen tja jetzt wird es aber heftig jetzt muss ich ach was komm muss ich da oben rauf ich glaube ja also müssen nicht ich habe sowieso nicht außerdem kommt man auch so raus von oben nehme ich auch nicht wenn man die anruf nehmen könnte dankeschön dankeschön jetzt doch nicht warum geht das nicht doch studiert da kann man nicht nach unten gucken hat doch geht ok haha ist ja geil ja man hat ja über diesen feiltasten hat man ja noch position 1 entfernt ende und bild runter und diese tasten wenn man nur d4 betrachtet und einfügen und bild hoch nicht betrachtet hat man ja praktisch genau so ein steuerkreuz wie auch darunter und genau dieses steuerkreuz wenn man die anderen beiden tasten wegdenkt ist genau das mit links unten rechts und oben das ist nice gemacht ist sehr intuitiv gemacht das gefällt mir weil früher war das beispiel so dass wir waren das position 1 oder ende 1 von den beiden war nach links und nach rechts und bild hoch waren hoch und bild runter runter meine mit dem bild hoch und runter konnte man sich noch relativ gut herleiten klar aber das mit die position 1 mit den entfernten war dann immer schon etwas schwieriger von daher finde ich die bedienung hier und jetzt mal runter oder gefällt dass man so oben bleibt okay hallo ich sehe etwas was mir nicht gefällt aber es geht noch es sind bloß ein paar stufen hier es gefällt mir trotzdem nicht oh gott es gefällt mir gar nicht und durch diese ding traue ich mich auch nicht zu springen aber so geht es wo er weiter wo er da 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 okay das war folge 14 schau mal vor wo